Also Demokratie ist super, finde ich, aber ist halt auch anstrengend, weil man nicht einfach sich zurücklehnen kann, sondern man muss ständig aktiv sein und wachsam sein und gucken, was passiert und muss schnell schreien, wenn was gemacht wird, was mir nicht passt und ich glaube, das ist eben auch anstrengend. Vielen Dank.